Die Allgäu-Orient-Rallye ist auch keine TUI-Veranstaltung. Wo seid ihr her? München! Aus München! Ja, Freile, sagt er. Oberstaufer haben wir hinter uns gelassen. Jetzt geht's dann erstmal hier über Immenstadt, weiter Füssen-Jochpass vorbei. Dann wollen wir nach Bad Tölz. So, jetzt geht's mal grob Richtung Tegernsee. Gut, dann los! Das dauert ja ewig. Das dauert echt ewig. Wir sollten jetzt endlich mal losfahren. Das wird echt mal losfahren. 2 1 Die Allgäu-Orient-Rallye 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 Zwei Nächte auf dem Schiff verbracht, um bis nach Ägypten zu kommen. Wir haben keine Einreisegenehmigung. Es wurde umgedreht. Und seitdem fahren wir in die andere Richtung. Nicht immer mit gleichbleibender Geschwindigkeit, aber doch stetig. Und hoffen wir, da irgendwo reinzukommen.